Oh, pass auf hinter dir. Shit. Da sind, da sind Ratten. Lauf. Da ist doch kein Ratten. Lauf, lass ihn weglaufen. Da sind Ratten. Was geht? Nein. Das sind Ratten. Hier ist er, hier ist er. Ich hab die Waffe weg. Ich komm vollkommen ein Idiot. Jo, okay, let's go. Ja, hier um die Switchreiter, blablabla. Das wird dann immer gehatet. Okay, echt. Ja. Aber, ähm, ist es okay, weil die ist... Jo, 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 jo. Hello. Yep. Hello. Do you want to team up with me and my friend behind me? I have three dolls. Help me. I love you all. Und du kannst ja jetzt auch roten, ne? Naja. Bye, bye. Bossa! Bei dir haben jetzt 44 Leute gerotet. Ehrlich? Ja. Da steht unten dann, wie viele Leute, äh, deine Vorstellung werden gerotet. Achso, wo bin ich? Äh, ich bin bei 14. Boah, andere Richtung. Ich bin bei, äh, 10. Ah, das ist nicht soweit. Alles klar, ich komm mal probieren. Ich komm dir gegen. Oh, kommst du da? Huah! Ich hab das Gefühl, diesmal können wir richtig was reißen. Ja. Ich bin, achso, cool. Ich bin jetzt gleich auch bei 13. Äh, der ist am Strand so ein Boot. Ich seh dich, glaub ich. Hinter dir ist jemand. Zwei Leute kommen da vor sich. Stehst du beim Schild, 13. Hi, Specki, komm mal her. Na, ey, friendly, Dicker. Oh, peace, 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 peace. Mach ich sowas von platt. Wir machen einen High Five. Ja. Okay, wir können den Dick besuchen und killen. Ja, sowas, Mann, er rächt mich so auf. Spuren. Zwei Spuren, aber die eine ist, die andere ist älter. Das ist dieser Fährtenlaser, den ich mir hier geangelt hab. Ja, ja, guck mal, hier sind die Abdrücke tiefer, das muss ja dicke sein. Rechts ist frischer, rechts ist frischer. Er ist stehen geblieben, er ist hier, er ist hier, er ist hier, er ist hier. Er ist in der Hütte, er ist in der Hütte. Ja. Oh. Nicht mich. Huah. Er muss fast down sein. Welcher ist das? Ihr seid beide fett. Ach, der mit dem gelben. Ja, er ist down, er ist down. Stop, stop, stop. Weg, weg, weg. Die Bombe, die Bombe. Ja. Holy moly. Auf, buh, 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 buh. Alles gut, oder? Ja, alles gut. Wir haben diese Qualmbecken. Können uns ja so lange heilen. Wie ist dein, ja, wollte grad sagen, wie ist dein Zustand? Meiner ist gut. Komm, wir wollen loot. Schnell. Und das kommt dann da runter, wo die Rakete ist. Ah, ja. Schnell Leute, abstimmen, schnell, schnell, schnell. Ja, Winner, Pistole. Ja, da kommt das jetzt runter, mit dem Beinschirm. Ah, das heißt, wir hatten letztes Mal, als die Abstimmung... Ah, die Bombe, aber er ist weg von der Bombe, ne? Okay. Geht die direkt hoch? Weiß ich nicht. Der liegt ja jetzt da, was machen wir denn jetzt? Ja, willst du das Schweinchen spielen? Okay, komm. Ich guck zu, wie du explizitierst. Also, Bombe liegt vor mir. Sieht aber nicht grad wie ein anderer. Und das ist, lol, die Kiste ist direkt da drunter. Scheiße. Warte, ich gleich mich ran. Ich bin relativ nah dran. Scheiße, das Ding groß. Du musst die Kiste aufbauen. Ach komm, ich zeig dir das. Du hast auf die Kiste, du hast die Bombe geschlagen. Warte, warte. Warte, ich hab deinen Plan. Warte, warte. Deinen Plan, weiß ich nicht. Achso, willst du das Ding hochgehen lassen? Nein, wir müssen ja die Kiste... Wir müssen ja irgendwie... Ich hab die Kiste dran. Achso, ich... Oh, shit. Aber wir leben, wir leben. Alles gut. Okay. Oh, ja. Ich hab fast kein Ding mehr. Hier. Achso, warte mal. Traden. Guck mal hier. Guck mal hier. Ja, genau so. Nö. Nö. Nehmen wir die Piste. Extraction begins. Ja, äh... Es ist zu früh. Es ist zu früh. Wir müssen erst die Leute anlocken. Die sind ja hier. Sind ja schon welche. Hinten, ja. Kontakt. Down, 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 down. Zweiter, zweiter. Ich muss nachladen. Ich auch. Ah, seek down, seek down. Ich hab nur noch einen Schuss. Scheibenkleister, wieso sind wir denn... Weil ich guck mal... Ah, ich kann nicht... Doch, ich kann gucken. Ah. Ah, hast keine Muni mehr gehabt? Good job, good job, good job. Nein, ich hab nur einen Schuss. I'm so pissed, dude. Fuck you. I'm so bad. Hä? Oh, wir sind auch wieder da, ne? Ne. Ne, ich? Ja. Sah erst so aus, ne? Comedian, der sieht doch so aus, ein Comedian. I love you all. Ha, 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 ha. There's my boys. Right there. Those two. Oh, you died. Oh, you did. Hey. Thanks. Hey. We done boys. We done boys. We done boys. Nice. Nice. favour Nossa. Oder verwechselt... und ja, ich... Ich... Ja, ja, ja... Hallo. Hallo. Hallo, ja, ja. Hallo, ja, ja, ja. Achso. сюда. name Wer, du, du, du... ...das bin echt grad weggekommen. No, nein,oder. Viele Mädels am Start, ne? Ihr habt mir noch gar nicht gehört. Guck mal gleich im Hintergrund, guck mal. Hast du mich gesehen im Hintergrund? Das ist auch ein geiler Move, ne? Dieses rechts, links. Oh, jetzt, guck mal hier. Coole Truppe auf jeden Fall. Kann man platt machen. Ja, na, der wird gelapst. Ich weiß gar nicht, warum die noch mitspielen, die haben noch keine Chance diese Runde. Ich bin neun. Sechs. Ich seh dich bis oben in dem Tempel. Äh, ja. Okay, calm down, calm down, calm down, please, calm down. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Easy, easy going, easy going, easy going. Come on, ja. Nice. Welcome. Sorry. No problem, my friend. No problem. Wo bist du? Ich habe gerade einen Typen gefunden und Voice geht und ich bin bei zwischen sieben und acht. Kann ja jetzt labern. Label, label. Also, sein Kumpel ist bei fünf, sagt er. Aber wir sind jetzt bei acht. Chillt acht. Ich bin auch acht. Okay, wait a second. You must be around here. There he is. There he is. Hello. Wow. Wollen wir direkt... Hat der... Hat der IT schon wegklatschen? Ne, ne, er hat noch einen Kumpel. Vorsicht. Nice. Jetzt ist er alleine. Jetzt ist er schwach. Aber das ist ja fies. Jetzt haben wir schon so eine gute Kooperation, weißt du, ne? Komm, zu viert. Vielleicht diesmal versuchen. Das sind alles unsere Freunde. Hi guys. Ja, hier sind vier Leute. Jami. Ja. Guck mal, wie groß ist das? So, this is the biggest group ever. Ja. Ja, warten. Wir können ja nichts machen. Was wolltest du dagegen tun? Das ist echt ein Problem gerade. Wir moven einfach nicht und füsten hier hinter. Ja. Guck mal, helf. Vorsichtig. Nicht reizen. Wir sind acht Leute. Vorsichtig. Ah, this is your friend, SpawnedFive. Nice. Welcome. Slow time. Okay. Okay. Komm, machen wir eine eigene Gruppe. Hat er recht. That's it. Wir haben vier Leute neu. Okay, nice, geil. Ey, die können uns abbooten. Das ist ja auch Mikkel. Du weißt halt echt, was Sache ist, weißt du? Da hinten kommt er, kommt er gut rein. LOL. LOL. Incredible, man. Incredible. LOL. Hast du's gehört? Deswegen hat er diese Story da oben erzählt. Er meint, er wurde angegriffen und der Typ ist abgehauen und so. Er hat denen ein Märchen aufgetischt einfach. Wie krass. Alter Schwede. Ja, nice, ne? Mega krass. Ey, der gibt dir was zu haben. Oh, thank you. Der hat auch schon einen dicken Revolver und so, weißt du? Kann er das überhaupt nicht einschätzen, du? Machst er das jetzt witsch? Nee, ich auch nicht. Das ist nun... Mega nice. Spannend. Ey, ich hatte ja auch echt schon Leute, die haben mir dann Waffe gegeben und das und dies. Aber... Ja, weiß ich nicht. Ich habe aber auch die andere Erfahrung gemacht, weißt du? Komm, wir stellen's mir richtig vor hier. By the way, we are Mike and Eric. The fat one is Eric. It's me. Just say flat Eric. Ey, ich habe eine Axt. Geil. Ja. Ich will zu lange mit denen zusammenarbeiten, wie es nur irgendwie geht, weil... Also der Mikkel kennt sich sehr, sehr gut aus, ne? Ja, aber er wirft, ne? Krass. Allein hat er einen großen Blatt gemacht. Okay. Oh, shit. Behind is a girl. The girls again. Always the girls. Always the girls. Always the girls. Ladies, come on. Werden wir daunen? Shami? Keine Ahnung. Ich bin noch hier. Ich habe mich in den Busch gesetzt. Ich habe das Relikt. Wo sind unsere Guys? Down, down, down. Finde dir vorsichtig. Die Ladies sind halt noch hier. Wo? Ne, da ist unser Typ. Da ist unser Player. Ha, egal. Hey, dude. Eric, is that no? No, it's me. Here, I am Eric. Wie das, oder? Oh, fucking Christ. Yes. Was ist der Typ? Hier, ich kann das Ding öffnen. Warte mal. Ja. Damit machst du die Mine kaputt. Should I? Kann I? No. Hier? Okay, I start. No. No! Ah, sorry, you said. Doch, yes. Warum denn noch? Schnell, solange der Kampf noch andauert. Äh, andauert. Hier ist er, hier ist er, entlang. Ich habe die Waffe weg. Worauf nicht, ich komme vollkommen ein Idiot. Ist er down? Ja. Relikt ist da. Nice. Da sind noch mehr. Oh, shit. Nice, du hast eine. Ja, ich habe das Oldschool gemacht, ne? Super nice. Ah, hier, die hat Ding jetzt. Nice. Der hat ein Gegengift, wenn einer krank ist. Hier ist noch ein Relikt, sagt er. Wir haben drei Relikte. Komm, 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 komm. Hör auf. Echt? Zeig mal. Ich weiß nicht, er sagt, hier oben ist eins. Hier, 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 hier bei mir. Super nice, Mann. Nice, geil. Ja, vor allen Dingen, es geht ja, es geht ja darum, wir brauchen eine, äh, Rauch, äh, Pistole. Äh, ja, Fleckpistole. Ja, er hat eine. Er hat eine, jetzt geht's los. Digga, jetzt müssen wir nur safe hier irgendwo... Alter, jetzt geht's los. Okay. Ach, scheiße, er wirft das Ding da rein, guck mal. Welches Ding? Du sollst da reinwerfen. Damit die nicht sehen, dass wir das Ding haben. Okay. Äh, wie mach ich das? Y. Y. Ich hab das auf alt, genau. Okay. Das hat er ja schon mal gemacht, ne? Winner, winner. Oh, da kommen sie. Da kommen sie, lecker, lecker, Kontakt. Hubschrauber kommt. Wo ist denn der Kollege? Der war hier. Der ist hier am Kriechen irgendwo. Wo ist er? Sollen wir raus oder nicht? Wir brauchen seine Info. Scheiße, ich hol jetzt meinen Relic. Scheiß auf alles, oder? Scheiße, ich weiß nicht, was ich machen soll. Schüsse! Man! Was tun? Was? Ich hab das Relikt genommen, behau ab. Das bist du, ne? Nein! Hier ist auch ein Specki. Mein Relic ist weg. Der Specki hat mich ge... Da ist der Specki! Pass auf! Er ist down. Specki down. Ich hab ihn schon übelst, übelst gehauen. Aber... Aber sein Relikt ist noch da. Äh, nicht da. Ja, meins, äh, hab ich... Liegt im Gras, ne? Ich bin ja gestorben. BTF, Mann, was geht hier? Wo... Ja, wo ist Gras? Shit, wie find ich das Ding denn? Ich hab einfach viel... Ja, das leuchtet ja hinter... Die Smokebombe geht ja hinterher weg. Aufpassen! Ah, das ist nicht friendly. Ja, das ist ein Viech! Ja, Monster? Und dann geh, geh schnell und hau ab. I go up the... The Rogue. Go up the Rogue. Äh, I'm missing my Relic. I have my Relic, lol, I'm an idiot. I have one. Ja, sorry. How can I... Der lässt das runter und dann kannst du da hoch springen. I have to wait when it's... And now, okay. I'll try it. Okay, so, ho up. Yeah. Did I got it? Yes, Mann, my first time. Thank you, Mann. Seems to work. Yeah, it worked. It worked. WTF, Mann, ich bin raus. Nice. Alter Schwedowski. Oh, und bei euch ist noch ein Gegner, ne? Echt? Ja, hinterm Stein. Der hat das jetzt alles mitbekommen. Und da liegt ja noch ein Relikt. Das liegt ja einfach da rum, ne? Ach so. Der schießt sogar noch auf die... Das ist das Mädel übrigens. Das ist das Mädel. Oh nein, Mika geht down, er ist down. Komplett. Fallschaden noch abbekommen, zu viel. Oh, guck mal, wie einladend das Ding da liegt. Guck mal, sie klatscht hier noch so. Sie verarscht ihn noch. Boah, dafür kriegst du hier erstmal, hier dick hier. Hate, Mann. Und mein Relikt liegt noch irgendwo im Gras. Holy Bitch. Geht rechts, das ist, ne? Aber nice game, ne? Ja. War lustig. Also, wir haben noch ne Runde, ne? Glaube ich, oder? Ja. Mikkel, da guck mal. Kann ich gleich was sagen, ne? Applaus. Ach, guck mal, deswegen hat's ihn gekillt. Thank you Mikkel. Very nice game. Appreciated. Well, well done. You think you can betray me fellas? I will show you. Ich hab' ihn doch gar nicht betrayed, ich kenn' den Typen gar nicht. Was soll'n das? Ich bin geärgert, also. Was? Wär omnipotent. Ja, ist überhaupt blöd. Hier erstmal. Aber sie hat recht, ne? Sie wurde ja verarscht von dem. Guck mal her, so ne Liebe. Der... Der stink's aber. Sag was. Yeah, thank you for the help, guys. This was for Ducky. We got betrayed, but we managed to... Aber wie die sich schon kennen aus der letzten Runde und so, ne? Nice. Alter, Erik. Schiesel weasel. Aber wir hätten alle drei schaffen können, ne? Und dann... Wir sind jetzt das einzige, der auch rausgekommen ist.